Nukid! Du möchtest nicht auf der falschen Seite sein, wenn der witzige Armee schlägt. Denk darüber, was du machst! Geil. Du kannst dich doch einfach ergeben. Okay, das hat was gebracht. Oh, kleines Medaillon. Das war nötig. Was hatte der? Ach, so ein paar Tränke. Ähm, Klee und Zeug. Geld, Geld, Geld. Okay, hier ist ein Exit. Hier ist das Basement. Ich glaube, hier können wir so einfach nicht weiter. Deswegen machen wir einfach mal die Tür auf. Ich denke, das haben wir gebraucht, damit unsere Armee nachströmen kann, oder? Ach so, ne, da ist Stan. Hey, Douchepan, wir sehen, wie du etwas Flaming Dogshit möchtest. Flaming Dogshit? Nicht wirklich, ne, aber... Wenn du hier Feuer machst, ne, kann ich aber gegenfurzen. Alter. Ich glaube, wir verrecken noch. Nein. Das bringt irgendwie nichts. Hä, was müssen wir denn hier machen? Ja, da ist ne... ne Sonde oben. Okay, wir können uns nur hier oben importen. Ähm... Gesundheitstraining, Mana Calvin, Manaectank. Holololo, holololololo. Da ist er! Jaja, jede Menge Hundescheiße hast du jetzt. Das ist mir schon oft gefahren. Ja, ja. Ja, ja. Ach, scheiße. Jetzt habe ich ernsthaft mein Mikro nicht runtergeklappt. Kacke. Und... Verkackt. Tschüss, Kenny. Reflektionshaltung. Ich sollte daran denken, mein Mikro runter zu klappen. Hm. Naja, ich habe eigentlich nichts Sinnvolles erzählt, außer dass wir mit dem Furz halt dort draufschießen sollten, ne? Und dass ich vielleicht lieber... Shit. Ich bin zertifiziert. Ähm... Da habe ich jetzt nicht drauf aufgepasst. Verdammt. Fuck. Scheiße. Weiter. Kacke. Also hier habe ich... Oh nö, jetzt sind wir wieder hier. Ja, 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 ja. Ah, jetzt haben wir gar keinen davon erwischt. Ja, 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 ja. Ich bin zertifiziert. Ich kann mich nicht mehr verstecken mit meiner Aliensonde. Boah, ne, ich habe darauf aufgepasst, dass der Typ Konterhaltung anhatte. Sie sehen hier. Ahhhhhhhhhhhhhh So... Ich wollte ja mal in Bader's ins Team nehmen, ne? Aus Gründen, die ich jetzt nicht nochmal versuchen will zu erklären. So. Hier runter. So... So... Da haben wir ja jetzt doch auch mal alles rekreiert hier. Ohhhhhhhhhh So... Hey, dein jünger Schatz. Entschuldigen, oder ... oder eine schlechte Stimme werden. B ... Warum ist die Steuerung schon wieder so abgefuckt? Ich meine, ihr seid so gut wie geliefert schon wegen der Blutung und allem, also und dem Brennen, aber Professor Chaos. Das muss einfach sein. Und? Rüstung, okay. Das ist auch gut. Okay, der Typ hat relativ viel Alive, ist aber auch ein Krieger, ne? Und der Priester ist Geschichte. Okay, der hat das Konter halten. Der macht sich einen Haufen Damage, wenn er den angreift. Ne, Fähigkeiten. Wirbeln des Verhängnisses. Warum haben wir das denn? Ich hoffe, sie schlafen nicht mehr. Das ist nicht vorbei. Hey, Cartman kommt durch. Hey, Cartman. Rüstung, Mann, der Katapult und lassen unsere Leute in die Frontkarte. Allein in! Okay. Hier ist noch ein bisschen Feuer. Achso, Katapult. Use deine Magie, um die Frontkarte zu öffnen. Jo, ich benutze gleich meine Magie, aber... Wenn es hier hinten brennt, wie soll ich denn... Warte mal. Ne. Ist das alles, was du hast, Brü? Warte mal. Eh. So. Hey, was machen wir denn jetzt? Wir sollen hier mit der Magie rein. Danke, das weiß ich auch. Aber mit welcher? Vielleicht mit dem Quietscher? Ich schaue meine Gäste über dich. He, 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 he. Hä? Ja, Oliver noch. Cartman, hast du irgendeinen Hinweis? Hey, ich bin gerade zu blöde. Sollen wir mit unserer Magie die Tür aufmachen? Furzgranate oder was? Achso, die Tür ist gemeint. Ich dachte, die Tür ist gemeint. Äh. So, begib dich ins Klassenzimmer der vierten Klasse. Okay. Oh, wir müssen gegen Stan kämpfen. Wolfbrüter, he, mein Telefon. Und er ruft auch noch seinen, seinen Hund dazu. Sein Hund wird gerichtet. Ähm, hallo? Ah, Taster, warum funktionierst du nicht? Och, das ist doch kacke. Ich wollte seinen Hund richten. In einem Zug. Versorg Chaos. Schöne, ich fühle ihn mit mir. Hm? Stürme. Chaos, Sturm. Okay, auf Stan macht das keinerlei Schaden, weil der Rüstung hat ohnehin, wahrscheinlich. Ich habe nicht aufgepasst, um ehrlich zu sein. 800! Oh nein, 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 nein. Wirbelwind-Schlitzer. Okay, er benutzt auch die Attacken, die er bei uns konnte. So, Sparky erst mal killen. Oh nein, 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 nein. Ich habe ihn. Oh, jetzt hat... Okay, wenn wir Sparky killen, macht er wahrscheinlich seinen besten Angriff, wie wir gerade gesehen haben. Ich würde sagen, wir müssen ihn... Ne, wir machen erst mal das hier. Das ist wichtiger, sonst machen wir überhaupt kein Damage auf den. Jetzt müssen wir stornen und einen Stallwall gegen Stan. Ich weiß nicht, ob wir das gewinnen. Ne, Wadders hat schon keine MP mehr. Aber er macht wenigstens noch 1000 Schaden beim Zubauen. Okay, wir... Der Kampf geht schon ganz schön an die Materie, ne? Macht schon Damage, der gut ist dann. So. Jetzt macht er wahrscheinlich nicht mehr so viel. Ach stimmt, Wadders hat die Heilende Berührung. Da geht's, App. Und damit können wir uns wenigstens noch ein bisschen hoch sustainen hier. Aber ich glaube, Stan ist sowieso am Arsch jetzt mit den ganzen Debuffs. Diskus, der macht. So viele MP hatte der bei mir nicht. Okay, Wadders ist tot. Wir leben ihn mal wieder. Wir könnten den vielleicht noch gebrauchen. Im Kampf hier. Die dunkle Rüstung haben wir auch wieder im Inventar aus irgendeinem Grund. So, Wadders. Alter, warum funktioniert meine A-Taste nicht mehr beim ersten Schlag? Heil uns erstmal, Wadders. Boah, wir haben 3000 Live. Finde ich gut. Heiliger Bonus-Schaden. Oh, ne. Okay. So, Stan, das war's dann wohl für dich. So, was haben wir denn hier? Eine Klinge des Waldläufers. Ähm, das Ziel... Waffe trifft zweimal. Oh, schade. Unsere Waffe trifft dreimal. Schwert. Klingt nett. 2 MP bei Nahkampfangriffen. Videospiel Shadow of a Cyclopsis. Was haben die hier so dabei? Ja, wir Standardzeug, ne. So, wir haben Stan ausgeschaltet. Bleibt nur noch Kyle. Aber meine Steuerung ist schon wieder irgendwie hakelig. Wir helfen dir, Tweak. Obwohl, ne, wir gehen erstmal hier hinten. Ah, Mondzeug hier halt. Hey, Token. Koopa-Kind! Ah! Gott, verdammt. Token, du könntest auch mal irgendwas machen. Ich bin Pokémon. Hör damit. Terra-Draken oder wie auch immer. Bulletin. Oh Gott! Komm. Tweak, du bist nutzlos, wenn du nicht mal mit dreien auf einmal fertig bist. Ich hoffe, wir werden nicht in Ordnung für das. Warum sollten wir denn dafür Ärger kriegen? Die Schule stürmen ist doch ganz normal. Hallo. Ah. 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 Ich will mir nicht schon wieder ein neues Gamepad holen müssen. Ah, funktioniert gefälligst ordentlich in nächster Zeit. Ah, ah, ah. Hm, der hat ein Schild. Der hat kein Schild. Machen wir den platt. Zu spät. Am Arsch. Reflektionshaltung. Und. So, den Handeln. Nein, nein, die Debuffs entfernt. Wie unfair ist das denn bitte? Äh, wir sehen uns. Am Arsch. Okay, der nimmt kein Damage. Ah. Na, hallo. Dreh dich doch. Warum funktioniert mein scheiß Gamepad nicht? Ja, jetzt funktioniert es beim Blocken, ne? Beim Blocken funktioniert es. Also, Blocken hat nicht geklappt, aber. Sie haben die Blockbewegung ausgeführt. Aber wenn ich angreifen will, funktioniert mein Gamepad nicht richtig. Lass mich an! So, Tweak. Wir haben dich gerettet. War das denn so schwer für dich, Tweak? Wenn ich meine Augen öffne, sehe ich meine Freunde schreien. Ne, Kromanten-Kapuze. Fünf Mp, wenn du entgegen bist. Drei Mp bei Angriffen auf Zombies. Schön. Schöne Sache. Letzte Chance, Schildkid. Er ist nichts ohne dich. Geh weg von dem. Ja, ich weiß, dass Cartman nicht so nämlich ist. Ah! Ach so, wir kämpfen gegen einen Elfen. Pff, ihr seid so lame, ey. Ihr seid richtig lame. Ihr seid so lame. So, wir benden erst mal die Folge. Glaube ich, oder? Ja. Okay. Bereits庸.